Dienstag, 8. Dezember 2020. Noch zwei Wochen bis zur großen Konjunktion. Jupiter und Saturn rücken immer enger zusammen. Ja, ich werde mal jetzt an jedem Abend, wo es klar ist, was ja meistens nicht klappt im Dezember, noch mal die Kamera aufs Dach stellen und mit Jupiter und Saturn aufnehmen, wie sie weiter zusammenrücken. Große Konjunktionen gibt es nur alle 20 Jahre. Da treffen sich die beiden größten Planeten scheinbar am Himmel. Und nur so etwa alle 1000 Jahre sind sie so dicht zusammen wie dieses Jahr, so dass sie wie ein Punkt verschmelzen werden. 21. Dezember um 17 Uhr ist das kritische Datum. Ich hoffe, es ist klarer Himmel, dann könnte es klappen. Da kann man die Jupitermonde sehen. Ich habe jetzt maximal reingezoomt. 128-facher Zoom. So, und da haben wir den Saturn mit Ring. Ich kann es nicht genau erkennen. Ich muss es jetzt mal im Computerscreen noch mal groß anschauen. 160-facher Zoom mit einer Canon Powershot 740. Oh, erstaunlich, was diese Geräte leisten.